Ägypten ist das führende Land im Arabischen Raum, auch aufgrund seiner Geschichte. Nur wer die Geschichte kennt, der kann die Gegenwart verstehen und mit der Zukunft planen. Und deswegen ist Ägypten einfach ein ganz besonderes Land. Nicht nur wirtschaftlich, militärisch, sondern auch historisch gesehen. Und es ist einfach wunderbar beeindruckend, hier beim Sonnenaufgang all das zu erleben und zu sehen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018